Bio-Kahn. Als der Schweizer Hanfpionier liegt uns viel an der Zukunft der Hanfpflanze. Bio-Kahn. Das sind Cannabisprodukte vom feinsten mit wunderbaren Aromen. Aus eigenem kontrollierten Anbau mit sorgfältiger Pflege für gesundes Wachstum. Dazu gehört auch die eigene Manufaktur von einer Vielzahl von Endprodukten wie CBD-Öle, Blüten, Kosmetikartikel. Sehr beliebt sind unsere hanfgefertigten Taschen in vielen Variationen. Da bleiben keine Wünsche offen. Und so entwickeln wir sowohl unser hochwertiges Produkt als auch unser Sortiment immer weiter. Bio-Kahn. 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 Bio-Kahn.